Ach du Scheiße Du kannst ja halt nichts machen Du bist halt so useless Was? Was? Der ist Todesser? Haaa Das möchte ich nach der Folge nachgucken Mensch, da war der Gewerbe halt geschaut Ja eigentlich, aber du weißt, dass das Todesser ist Blödes Scheißding, ich hasse dich Was hast du gar gemacht? Muscheln Also Äh Ach verwirrt Scheiße Was habt ihr da gerade? Oder weil Snape unter Wasser schwimmen kann Ja Egal was es ist Es ist es So 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 Howdy So So Pass auf Hö Gerne höher So So schön was Geh weg Geh weg Geh weg Geh weg Nicht bei mir So Ich dachte du wärst auf der anderen Seite Nein Ich bin bei dir Da ist ne Muschel übersehen Nein, aber ich nicht Bären doch Bei nein ich habe sie nicht bei 142 übersehen sondern bei 225 gut dass du selbst jetzt die kommentare schreibst natürlich ja ich weiß aber wägel 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 Halt die Fresse, mir ist das scheißegal was du da machst, du kannst ruhig die Steine mal haben, ich muss ne Muscheln mitbringen. Du musst bei 335 ne Muscheln übersehen. Das ist nicht nett, ich bin tatvoll Aua, aber immer sagen wir, dass wir die Muscheln schon gehabt haben. Ah! Natürlich sieht er dir aus. Ja, weil ich die übersehen hatte. Wir hatten einige übersehen. Ich glaub wir haben bei 6 aufgehört. Ich geh mit. Bruder, schmack das nicht. Ich hab die Muschel zerstört, ohne dass ich ne Muschel zerstören wollte. Tut mir leid. Das ist aber nicht cool. Du bist auch nicht cool. Ja, das hab ich auch nie bestritten. Ja. Fein. Bei Harry selbst gesagt. Stupisch ne Schuhl. Geschwiegen hau ich dich vom Stuhl. Ich find den Severus Snapp wirklich schnöde. Jetzt zieht er die letzte Muschel nochmal ganz kräftig. Das Wappen. Oh! Gitteres! Mein Fisch! Würde mal sagen, den hätten wir so holen können. Hätten wir es nur gesehen. Ah, das haben wir nicht. Das ist ja das Problem. Ich hab mal gesehen. Wo bin ich eigentlich? Achso, hier unten. Irgendwie hab ich das Gefühl, dass wir wieder einmal ne Muschel übersehen haben. Kannst du dies verstehen? Blödes Kackding. Ich hasse dich. Das nicht. Und wenn du bei Gelegenheiten nochmal ne Muschel siehst, dann kannst du dir auch gerne nochmal. Dann war nicht so. Danke. Ich hab direkt ab, aber das geht einfach. Seifenwechsel. Und jetzt ab. Oh, hier oben geht's etwas. Ja, in die Perle. Ich hab eine Muschel. Wo? Ich bin nicht jung. Wo? Da siehst du nicht die wegfliegen! Oh, oh, ich hasse nicht. Muschel? Du hast sie nicht. Komma, du schürfst dich selber weg! egal jetzt kommen wir können wir noch eine muschel so wie du noch nie vorher gesucht was in deinem leben sind die kreise sie hat die kreise danke danke sie hat die kreise das gespräch gerne aber nicht mir jetzt gesagt ich euphorie so was wenn du alle befreist dann kommst du weg, ne? ich wollte dir das kurz nochmal klar machen komm mit hä? du kannst sagen ich komm hier nicht rüber auf die andere Seite ich hoffe du weißt wie sehr ich dich hasse nach der letzten Moscheln ah! da ist was aber die andere Seite ja hinten ich muss das alleine machen ich hab scheiße gebaut suche diese Muschel dass es nichts mehr zu den Muscheln geht ist auf die andere Seite gut das hatten wir schon nein die Muschel ah man ey diese blöde Muschel das war nochmal rein wegen so einer blöden Muschel beziehungsweise wegen neuen blöden Muscheln ok war war zu sehen ne? ok komm ne Weile mein Knie ich bin alt das wissen wir auch das wir nur noch um um wir gucken nur noch um 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 die wir könnten uns noch uns auch halten 1 wir sehen jetzt ganz laut so wie in der Schule 2 und ich glaube ich hab die Muschel gefunden weil die haben wir nie mitgenommen 3 nein ne die haben wir ich weiß nicht welche wir haben nicht mitgenommen die sind nicht immer auf dem Boden das ist ja das Problem Victor du bist im Weg das heißt es bringt nichts nur auf den Boden zu gucken wie gesagt wir können es uns auch einfach machen ja aber willst du es dir einfacher machen? ja ok wenn ich die Muscheln kaum sehe langweilig so die zwei haben wir den haben wir den haben den haben wir den haben entschuldige mich Dominik möchte immer den Spaß verderben ja für den brauche ich das ich seh das halt nicht so gut ja dann machst du die Augen auf ja das fehlt nichts ich bin ne Mann die grüne Matsche auf grün äh hinter grünmatschigen im Hintergrund äh ist schlecht zu unterscheiden ne für dich du hast auch nicht grüne Matsche du hast einfach nicht grünen Hintergrund siehste da war ein Pfeil drauf und ich hab den Bein übersehen das liegt aber nicht auf mir ja die anderen sind einfach alle dahin dahinter ach ich muss rüber warte ja ich hab's ich nicht du bist blöd nimm mal einen Punkt ne so wie willst du die da hinten sehen? die hab ich sogar schon gesehen die hab ich gesehen die hätte ich gesehen die hätte ich gesehen die hätte ich ohne Fall nicht gesehen ich mein das war am Anfang die übersehen haben am Anfang haben wir zwei mitgenommen so sehr schön jetzt kannst du auch das älgst du wieder auf ja machen wir gleich erstmal möchte ich hier den goldenen Stein die 180 yay noch 20 mach ich das mach ich das ja mach nur den goldenen Stein füller ne ist gut wie viele Hilfsmittel brauchst du ja den brauchen wir nicht so ein Charakter drei Wappen ich wappen nämlich alles ähm ähm weißt du was? James bitte sag mir das er zaubern kann hoffe ich doch ich hasse ihn jondergeist ah guck mal Todesser das ist ne gute Kombi Todesser und Tom Riddle natürlich komm ich als Tom Riddle zum Friedhof meines Vaters Tagebuch hat Dolph lach gefälligst ich find das witzig ich find der Plan witzig zum Tod lachen die witzig ich find das in meinem Plan fast nicht witzig wieso ich? wir haben einfach Todesser das problem da ist mein boss wenn ich das mal lieber gemacht ging es mir jetzt besser wieso? hunde aua hast recht ich weiß nicht warum ich lass dich mal machen oder? zack 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 war jetzt nicht allzu kompliziert oh fiss dich james niemand will james wenn er nicht zaubern kann natürlich möchte niemand james ich glaub james aber komm bei ihnen cool so gut mhm mhm hallo victor krummbein sagst du wenn er mich angreift ich töte ihn ich weiß er steht unter meinem flug ich soll grad sagen hat mich da seine machenschaften äh hatten wir oder schon vorher welche du hast denn wachenschaften? nein dir hier nein 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 ok ich komm noch nicht durch kein geist also schon aber nicht im klassischen der der blümle hey aha wo ist die blöde wo ist die blöde blöde ich will grad fragen kann ich das nicht selbst victor sehaufgabe äh jetzt bin ich verwirrt dafür willkommen harry labyrinth aber den haben wir anscheinend schon naja stimmt wird ja schon gespoilert beim spiel jetzt obviously nicht aber ja aber was wir denn bekommen haben stimmt das waren den letzten level haben wir die sehr oft kam äh Hogwarts noch worauf wir dann gesagt haben Moment mal wir wissen noch nichts davon schon also schon aber wir wissen noch nichts davon wir wissen noch nichts davon ein spoiler ein spieler ist das oh wow das hat es gegeben wir haben ja schon gedacht dass wir das hatten ja sicher ist sicher Todesser sind immer so dumm ne echt schlimm mit denen echt schlimm mit denen aua oh quatschüler sind immer so dumm ja oh god oh god noch der da Da waren wir nicht hin. Nee. Es fehlt nämlich was. Es fehlt der Blümle. Oder wir haben den Blümle noch beim Woldi. Der Krampter kommt ja auch noch. Ja oder wir haben am Pokal. Warte, 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 warte. Am Pokal. Warte, 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 warte. Hm. Hm.